Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Willkommen in der Kluft der Beschwörer Legen wir los Schwule Zwischensequenzen Was ist los? Ich hab grad'n Leg und deswegen hab' ich wahrscheinlich jetzt nicht umgeschmiedet Und ich hab' aber schon die Essenz ausgegeben Ach, geil Ja, du hast'n DC Natürlich haben wir Ein wahrer Meister ist ein ewiger Schüler Erstes Blut Ein Gegner wurde getötet Jetzt will die mich hier Boah, die haben doch auch noch verarscht Dich Ich hab' dich noch nie Das war's für heute. 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 Also haben wir noch das next-level. Ein wahrer Meister wurde getötet. Ein Gegner 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 wurde getötet. Später wird das ein Trick. Legendary. Nur wieder ein Gürtel. Dein Strahl wird später voll geil, wenn du die Range zu kurz machen kannst in einem kleinen Bereich. Mach so viel damage das Teil. Oh, wenn ich das gleich weg machen könnte, das Schockimpuls in irgendwas anderes, wäre das richtig stark, das Item. Wenn ich hier einen Sockel rein mache, wäre das auch richtig stark. Gelber. Ich weiß was cool ist. Ich kann dauerhaft das Schild aufhalten. Ah, fuck doch nicht ey. Oh, der hat auch so viel Schaden gemacht, der. Mhm. Das glaub ich dir. Der konzentrierte Geist kann selbst Stein durchdringen. Ey, ich hasse Legs. Ich zeig dir den Weg. Der Dicke gefallen schon? Ja, ne. Ah, Brüttel. Nein, mach Power-Powerte. Und port? Ja, stimmt. Ein wahrer Reiz! Das war's für heute. Der Gegner hat einen Zahn zustellt. Der Gegner ist nicht aufzuhören. Du leb in mir weiter. Wollen wir mal kurz gucken ob ich den Gürtel irgendwie ein bisschen verändern kann. Weil dieses Schock-Impuls benutze ich halt wirklich Null, ne? Das ist doch kacke. Ich benutze die ganze Zeit nur magisches Geschoss im Moment. Ja, das ist doch eigentlich nicht das Gute. Hast du schon das Feuerding davon? Ne, ich wirf diesen Eissplitter immer. Das Feuerteil ist halt cool, dass man gut damage. Das kommt als letztes auf Level 52. Ja, leck Kult. Hopp einfach in meine Tasche. Funktioniert bestimmt. So, ähm, wohin jetzt? Oase! 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 Ich hab den Boxen vorgebracht. Hallo! Ich hab den Boxen vorgebracht. Lopeck! Oh, was? Ach, die haben Vortex. Das ist eklig. Ich hasse Vortex. Dann andere Sachen mich ranziehen können. Dann andere Sachen mich ranziehen. Dann andere Sachen mich ranziehen. Noch vier. Ja. Viel Level noch. Ja. Ja. Legen wir los. Ein Gegner wurde getötet. Lass dich nicht überstolzen. Legendary. Nice getötet. Statt auf. Ja. 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 Wollt. Ja. Ja. Gegnerische Doppeltötung Ein Verhündeter wurde getötet Gelber Ein Gegner verfällt in Blutreich Oh Gott Boah, da sind zwei Gelbe, ne? Hilfe Keite, bis ich einen Heiltrank nehmen kann Oder so Ein Verhündeter wurde getötet Zweifel ist der größte Na Das war hart mit einem epischen und einem goldenen, äh Jaa Ah, das war nur hart, weil es halt voll die hohe Schwierigkeiten ist, wie wir hier spielen, ne? Ja, klar, Quale 2 Jaa Gehen wir los Ich vertraubt man da eigentlich auch voll viele Legendaries bisher Jaa Lass dich nicht von Stolz blenden Der konzentrierte Geist kann selbst steil durchdringen Etwas Ich habe ein Wenn es nicht überdringen Ich bin Lass Das war Er Er Ist Er B Er Er Ente Er Er Okay. Boah, was ist denn das für eine Kiff-Wolke überall immer, äh. Mega den... ...damage. Oh ne, ist rein-splashen, Junge. Das ist geil. Ja, das.